Reihe versuche frei gehabt. Ja, die können auch bezaubern. Ich muss mir mal echt irgendwas zulegen, damit wir bezaubern können. Naja, ich bezauber jetzt zwar nicht, aber ich kann trotzdem gut singen. Damit kann ich doch ein bisschen höher. Er sagte, nein, das ist doch das Falsche. Aber wir können trotzdem genug gut singen, dass wir es trotzdem schaffen. Also, es bringt dann halt nur, glaube ich, die Hälfte der Effektivität. Wie bewegen die sich denn fort? Das sieht ja mal geil aus. Auf jeden Fall. Komm, noch den letzten. Singen! Super, damit kriegen wir dich gleich. Das können wir gut. Pang! Jetzt haben wir uns schon fast nochmal weiterentwickelt. Aber ich will jetzt erstmal die hier wirklich gut achten. Miss Feder. Alles Fresser. Die sind ja toll. Ich glaube, die können auch bezaubern durch die Federn. Hallo! Ist das jetzt posieren? Nein! Das ist auch bezaubern. Oder? Nein. Ja, doch, das war das Falsche. Aber das mag er nicht. Kannst du vielleicht tanzen? Okay, nein. Er kann aber auch singen. Das ist gut. Das können wir nämlich auch gut. Und? Hammer! Oh, und jetzt haben wir auch gleich die weitere Entwicklung. Wir werden ein Stück größer und... Oh! Was ist mit den Händen? Was ist mit den Füßen? Was ist mit mir? Nein, mein Hirn wächst! Wow! So, was bringt uns das jetzt eigentlich, dass unser Hirn wächst? Ja, mehr Intelligenz. Der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer. Dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist jetzt ein weiterer Platz. Also jetzt Platz für zwei. Wie ihr seht, wir könnten jetzt ein weiteres Rudelmitglied aufnehmen. Da werden wir aber wahrscheinlich eher wieder einer von uns nehmen. Wir müssen eh bald mal zurück. Und es leckt schon wieder so. Also es leckt nicht, es ist... Ich muss mal vielleicht noch die Einstellung ein Stückchen runterdrehen. Bitte, komm, sing. Sing mit mir. Ja, das kann ich. Tada! Na? Oh, und tanzen. Können sie auch? Das können wir auch. Ich glaube, wir können besser tanzen als wir. Ne, es kommt aufs Sebel. Das ist gut. Das scheinen wir noch zu schaffen. Das scheinen wir noch zu schaffen. Komm. Nein, das ist das, was wir nicht können. Sing mal einfach. Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht. Trotzdem. Super. Haben wir ihre Alphas abgeräumt. Ich denke gerade etwas brutal, als ob hier irgendwo gekämpft wird. Aber erst mal hier Zähne machen. Das findet man hier nie wieder. Also das geht's mir immer so. Hey du, komm mal her. Sing mit uns. Egal, ob du singst oder nicht. Nein. Ah, jetzt hätten wir auch singen können, äh, tanzen können. Aber das singen können wir so gut. Ach, da ist er jetzt ganz traurig. Ja, komm. Ja, jetzt singen wir. Super. Wunderschön. Dann haben wir das auch. Und jetzt gehen wir einfach mal zurück zu unserem Bau. Wo bin denn den Ruf? Ganz laut geschrien. Und da sehen wir auch gleich, wo wir hin müssen. Ja, ihr kommt gleich noch dran, wenn wir euch wieder finden. Oder wir gehen einfach in eine andere Richtung. Hallo. Ich möchte nur hier das Teil haben. Dankeschön. Narwalhorn. Narwalhorn. Ein weiteres Horn. Mehr Ram, mehr Gesundheit. Hm, das gefällt mir aber nicht. Oh, und zack. Ach, Sturz. Uh. Und wie ihr seht, die sind schon etwas feindlicher uns gegenüber gesinnt. Gehen wir mal in die Kampfhaltung. Na komm. Dann machen wir das doch mal. So, was können wir denn? Wir können beißen und rammen. Ne, und schlagen. Bam, bam. Und noch mal beißen. Und noch ein bisschen. Und noch mal einen Schlag hinterher. Wunderschön. Hau. Hier, ich spüre meinen Schlag. Ja, du kannst ruhig mit angreifen, mein Freund. So bin ich da ja nicht, Kämpf. Komm. Ja, wir sind immer noch keine Pflanzen... Äh, wir sind ja immer noch keine Fleischfresser. Wir sind ja immer noch Pflanzenfresser. Tada. So, jetzt müssen wir die hier nämlich auslöschen. Wir haben doch bestimmt auch einen Alpha. Knast. Genau, Knast. Komm. Ja, Attacke und gleich den Schlag. Bis. Hallo. Jetzt. Genau, jetzt greift auch mit an. Wunderschön. Also, wie gesagt. Damit kann man immer schön beides machen. Und als alles besser müsste man halt am besten beides so ein bisschen vielleicht... Nein, ach, schon wieder. Genau, komm. Spuck mal hin. Ja, ich weiß, das hat hier nicht so ganz geschmeckt. Komm, los jetzt. Hib hoch mit dir. Jamm, jamm. Wunderschön. Aber, hier muss noch irgendwo einer sein. Da. Da ist sogar ein Alpha. Den holen wir uns jetzt. Attacke. Zack. Zack. Zu zweit. United we stand. Und zack. Da kriegt man natürlich auch einen Teil raus. Und wir haben diese ausgelöscht. Ja, als Fleischwasser würden wir quasi alles auslöschen, was um uns herum ist. Keine Konkurrenz. Jam, jam. Jam, jam. Wunderschön. Jetzt haben wir auch einen Stamm mal ausgelöscht. Habt ihr das auch mal gesehen? Wie böse man eigentlich sein kann. So, weiter fliegen, weiter fliegen. Ja, wir bekommen auch... Ja, ich spoiler euch. Nee, ich spoiler euch nicht. Ihr werdet schon sehen, was gleich passiert. Zack. Ach, und da sind wir. Backspace. Singen. Und wir wollen Liebe. Wir wollen so viel Liebe, dass wir uns endlich weiterentwickeln. Und uns neue Teile ranschrauben können. Ah. Ja, da freuen wir uns. Und wir kommen zurück. Wir haben neue Dinge erhalten. Gucken wir mal. Wir haben ein besseres Ding erhalten. Zack. Oh, zack. Länger. Höher. Nein. Ja, Pelikan. Ja. Oben, unten. Nö, das passt mir so. Augen. Haben wir auch ein schönes Neues. Diese Doppelaugen. Die gefallen mir. Nehme ich. Das ist größer. Das ist größer nach hinten gerichtet. Das ist größer nach hinten gerichtet. Das ist ein bisschen kleiner. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Zack. Und das ist größer. Das ist ein bisschen kleiner. Das ist ein bisschen kleiner. So, neue Hände haben wir auch. Füßchen haben wir auch neu bekommen. Tanzen 3. Wie viel haben wir denn? Tanzen 2. Zack. Neue Füßchen. Können wir noch sprinten und noch mehr Geschwindigkeit. Können wir noch länger ziehen. Krallen raus. Oder ganz klein machen. Machen wir mal die Krallen raus. Spreizen wir das mal ein bisschen. Zack. Wir kommen. Gehen wir rein auf Illuzirator. Haben nur eine große Kralle. So, jetzt könnte ich damit spucken, rammen, schlagen 3, schlagen 2 und das alles. Nein, ich brauche Bezaubern. Haben wir schon was mit Bezaubern 2? Ja, haben wir. Ist das süß. Machen wir hier drauf. Ja. Upp, hepp, hepp. Nicht so weit. So, wunderschön. So, Flügelchen. Ihr habt mir nicht so ganz gefallen von eurem Aussehen her. Zack. Zack. So, hoffe ich, jetzt passt ihr mir besser. Oh, nein. Flügelchen. Ihr seid weg. Wir kriegen neue Flügelchen. Flügelchen sind toll. Also, ich würde jedem empfehlen, Flügelchen zu wählen. Weil Flügelchen einfach nur toll sind. So, größer. Bisschen so. Und ein Stückchen noch rein. Wunderschön. Damit sind wir bei Tier 3 angekommen. Na, komm. Ende. Weiter. Wow. Ja, ich nehme das zurzeit alles an einem Stück auf. Also, falls ihr mir jetzt zu der Phase irgendwas sagen wollt, kann ich euch nichts sagen. Und das meinte ich mit, wir spoilern euch nicht. Er winkt uns noch. Zum Abschied. Tschüss. Mami bleibt noch da und wartet auf uns. Ja, unser Begleiter ist natürlich auch da. Und wir fragen uns, wo sind sie denn alle hin? Und warum hauen die ab? Ganz einfach. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihnen, um einen Partner zu finden und eine neue Heimatbasis zu beziehen. Genau, jetzt lernen wir noch das Bezaubern. Wunderschön. Wie wir das können. Wunderschön. Haben wir sonst beim Kampf noch was Neues gelernt? Nö, sollten wir nicht. Ich hab mir eigentlich nur die Dinger an die Hände gemacht. So, jetzt sind wir Großvater hier geblieben. Tanzen. Gar nicht. Und wie wir das können. Wunderschön. Jetzt haben wir ein Dreierrudel, bestehend aus nur Leuten von uns. Okay, jetzt. Ach, ich muss die Flügel. Echt mal, das mal. So, und wie wir auch sehen. Eine gepümpelte Linie. Die uns quasi die Richtung weist, in welche Richtung unser neues Nest liegt. Große Völkerwanderung unsererseits. Flüge. 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 Ja, jetzt können wir hier die auch nehmen. Ja, meine Kumpanen fliegen natürlich auch. Und hier ein Alpha. Wenn dann gleich. Ja, genau. Da. Ran da. Jetzt möchten wir hier beeindrucken. Wir haben jetzt alles. Und wir haben einen Dreierrudel. Na? Schaffst du's? Nein, 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 nein. Oh, oh. Die sind wirklich feindlich. Sollst du mit dem Alpha hier was machen? So, was macht ihr denn? Bezaubern. Bezaubern. Nein. Ach, Quark. Das war posieren. Ich muss jetzt erst mal wieder reinkommen. Ja, das war Fail. Nein, das wollen wir nicht. Genau. Ja, aber. Singen können wir gut. Ja, holen wir natürlich ordentlich auf. Posieren. Tada. Und noch was. Jetzt. Gezaubern. Tam, ta, tam. Hammer. Und da ist noch ein Alpha. Ein Dreierteil. Also ein Laster. Stufe 3 bekommen wir hier. Natürlich kriegt ihr auch noch drei Mitglieder hinten dran. Singen. Wie ihr seht, für jeden Mond gibt's was Neues. Und guck mal, wie gut wir singen können. Wir brauchen hier gar nichts mehr machen. Und das war ein Alpha. Das möchte ich nochmal dazu erwähnen. Der hat sogar noch ein Alpha. Ne, den Alpha, den hatten wir schon. Das ist ein normaler. Schade. Nehmen wir noch einen normalen. Dann haben wir das auch. Nein, nicht, 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 nicht. Hier, da ist ein Alpha. Hat er sich versteckt? Mie. Was ist denn hier los? Oh, hört ihr das? Wow, wow, wow. Wow. Wow, mit dem Ruidenschauer. Nein. Nein. Hilfe. Hilfe. Nein, nein. Aber, der hat mich getroffen. Deckung. Ah, nein, der ist böse. Geh von mir weg. Rudel. Zusammenkommen. Ja, sowas passiert hier halt auch mal. Man kommt halt einfach mal... Sowas. Was ist das denn da? Fizzlebällchen. Ja, die sind ja okay. Aber die dahinter... Die sehen irgendwie alle süß aus. So, wo ist noch euer Alpha hin? Ach nee, halt. Warte mal. Falsches Nest. Ha. Nein, da hinten sind die. Hep, 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 hep. So, wo ist noch euer Alpha, wenn die ich noch was brauche? Da. Na, da hinten kämpfen sie. So, das soll aber nicht unser Problem sein. So. Wir können schöner singen als ihr. Alle zusammen. So. Das war wir zaubern. Tam, tam, tam. Das können wir mindestens genauso gut wie ihr. Und tanzen. Können wir auch gut. Ähm, ja. Give me the flow, give me the flow. Hammer. Und dafür haben wir einiges Neues bekommen. Halt, wartet. Wartet, wartet. Da war doch noch ein Skelett.